Herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Bestehen der europaweit einmaligen Kinderpalliativstation. Als Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen freue ich mich ganz besonders darüber, dass die Stiftung zu dieser Entwicklung einen wesentlichen Beitrag leisten konnte. Durch ihre Förderung sind Elternapartments und eine Fortbildungsakademie und später ein Gäste- und Familienhaus errichtet worden. Vielen Dank allen, die mitgeholfen haben und weiterhin viel Erfolg!